Wait, warum hat Nova meine Zahnbürste? Ja, ich bin's, du bist gerade live on streamen. Du auch. Ey, super, Lia ist auch dabei. Hallo, Nova, ich gucke gerade einen Splash-Vlog von Olli, den. Ja? Und ich glaube, du hast meine Zahnbürste benutzt. Was? Ja. Wie soll ich ja deine Zahnbürste benutzt haben? Ja, du hattest meine Zahnbürste in der Hand. Deine Zahnbürste? Ja, und ich habe die an einem Tag nämlich leider nicht gefunden, Nova. Die waren im gleichen Zelt, aus dem die Powerbanks, ja, ich sag mal, entflohen sind. Nee, ich habe tatsächlich deine Zahnbürste nicht geklaut. Ich kann sie dir gleich zeigen, sie ist ja immer noch da.